So, hallo und alle zur nächsten Folge zu Minecraft, Waro zusammen mit dem Crafting-Petterlöchen. Hallo. Wir sind in der nächsten Aufnahme drin und wir versuchen mal wieder auf die Kacke zu hauen. Ich gehe auf den Sabbat drauf, da auch. Okay, ja, jetzt join ich. Ich bin auch im Join. Mal schauen, was sich heute ergibt. Drei Sekunden wieder Friedensphase. Richtig. Und hoffentlich joint jetzt keiner nach. Das wäre echt... Nö. Wir versuchen die einfach jetzt mal fix auch dir Zeugs zu besorgen. Ja, würde ich auch sagen. Was mir auch jemand in die Kommentare geschrieben hat, ist, dass wenn man im Amboss, sag ich mal, so die Schwerter, sag ich mal, vertauscht. Also zum Beispiel, man hat jetzt irgendwie links Scharpnis 2 und rechts Scharpnis 2. Und wenn man die manchmal vertauscht, dann kommt man mit weniger Leveln aus. Also wenn man diese kombiniert. Stimmt das? Weißt du da tatsächlich was? Kommt drauf an. Kommt drauf an. In die Kaputzen, glaube ich, ne? Aber meistens bringt es nicht viel, aber es kommt drauf an ein bisschen. Okay. So, ähm, hier, Spitzhacken, da. Scharpnis 3 und Machwerk 1. Ich sollte mal meine Axt wegfallen oder so. Okay, also mein Ziel für diese Folge ist auf jeden Fall jetzt mal das Scharpnis 4-Schwert hinzubekommen. Ich denke mal, das ist aber auch möglich. So, Level 6 schon. Okay, den wir gleich sehen. Ähm, ja, ich versuche halt ein bisschen, den Dings nochmal zu vornen nebenbei. Ich bin jetzt schon Level 7 und da ist Lava, da sollte ich auf jeden Fall aufpassen. Oh Leute, das war knapp. Ja, definitiv. Ich habe ein Emerald gefunden. Okay. Experience ein bisschen. Was ist denn das hier? Okay, da gehe ich auf jeden Fall nicht mehr hin, weil das ist irgendwie doch ein bisschen zu gefährlich. Hä, was ist denn das? Komisch. So, Level 7 bin ich jetzt und ich brauche glaube ich neun Level oder sowas insgesamt, damit ich mein Scharpnis-Schwert kombinieren kann. Du hast schon zwei Dreier? Ähm, nee, ich habe, ah, stimmt, ich sehe gerade, ich habe ein Zweier, noch ein Zweier und ein Dreier. Okay. Ähm. Ich glaube, dann bräuchte ich so um die 18 Level oder sowas, kann das sein? Finde ich mehr. Das kann sein, du brauchst, boah, ich will das gar nicht ausreiten, probiere es einfach aus. Okay. Ich versuche nebenbei nochmal ein bisschen Zeug für uns zu sammeln, weil du sollst ja auch noch dein Dia-Zeugs kriegen. Eben, also ich bin gerade auch nochmal am Farm, aber bei mir sieht es nicht so gut aus mit dem Dia, ne, Glück. Ja, ist halt immer Glück, das weiß ich. So, Spitz-Sack gleich wieder kaputt. Ah, jetzt nehme ich immer mit. Und da ist die Spitz-Sack kaputt. Ich glaube, ich mache mir einen neuen Gang, irgendwie weiß ich nicht, ich finde hier gar nichts. Ja, es hat schon ein bisschen mit Glück zu tun. Ja, schon, aber... So schnell, so viele Blöcke wie möglich abbauen. Man sieht es halt nicht, dann... Keine Ahnung. Manchmal ist es immer so ein Zwei-Fackel-Gang und dann gehe ich wieder eins weiter. Okay. Ah, hier ist gerade Redstone. Ah, Redstone ist aber immer gut, also das nehme ich immer mit. Jetzt nicht unbedingt wegen Redstone, sondern halt einfach nur wegen den EXP. Sagt er gerade vor mir, doch du Redstone auf. So, die ganzen Cobblestones kann ich erstmal wegschmeißen. Tolle habe ich auch noch, zwei Dias. Hm. Ja, passt erstmal, würde ich sagen. Hm. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob ich überhaupt nur Dias finde, weil... ...hann sieht es nicht so gut aus. Hier ist Redstone. Also wenn Redstone und Dias wären, dann wäre ich glücklich... Das wird erst passieren, wenn... ...keine Ahnung, wir das Ding gewinnen, ohne ein einziges Herz zu verlieren im Kampf. Glaube ich kaum. Also Kohle habe ich auf jeden Fall wieder, das ist so nice. Jo, und ich sollte mal so... Kohle, Kohle, Level 10 bin ich jetzt auch. Level 2 noch. Ich sollte mir so einen Mülleimer machen, wo ich Zeug rauswerfe. Einerseits, ähm... ...bisschen Kohle teilweise, Flint. Naja, Emerald kann man wegfeuern, Emerald-Brom überhaupt nicht. Ne, brauchen wir nicht. Außer finden aus Glück, einem Dorf, aber so gut sind die Preise da sowieso nicht, oder? Ne, ja weniger. Genau. Hä? Was ist das? Was? Meiße. Ich habe mich erschrocken und auf einmal sind das so Silberfische. Ja, das war auch letztes Mal der Fall, als wir das Schirp meinten waren. Ich habe mich erschrocken. Hier gibt es nämlich Emeralds, weil es ein Hills-Biome ist. Und wenn du dann halt so einen, ähm... ...Block abbaust, der ein bisschen anders geht, also normaler kommt es, ich meine es noch schneller oder langsamer, dann ist es halt so ein Silberfisch-Block. Ah, okay. Und ich habe mich schon erschrocken, ich dachte so, was ist jetzt los? Ich habe noch Gold gefunden. Ich nehme mal ganz kurz ein anderes Schwert, weil ich möchte ungern die Schadnesschwerter verbrauchen, weil wenn man die dann verzaubert, also kombiniert, dann muss man mehr XP geben, oder? Jo, weil die werden ja repariert. Ja, genau. Deshalb mache ich mir ganz kurz ein Eisenschwert. Ein Steinschwert reicht eigentlich schon. Ja doch, ein Steinschwert reicht. Oh, das ist ordentlich Gold. Wir müssen uns ja auch noch Goldäpfel machen am besten, ne? Richtig. Das heißt, normale Äpfel sammeln. Oh, ich habe Dias. Die habe ich gar nicht gesehen. Was? Dias übersehen fast. Okay. Fast bin ich übersehen. Beim Rückgehen habe ich sie gesehen. Was? Dann einen, zwei, drei, vier, 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 Dias. Fünf, sechs, sieben, acht. Was? Ja, acht Stück. Ach, Dias. Ich wäre froh, wenn ich einen finde und du findest einfach acht Stück. Das ist ein Brustpanzer für dich, also ich kann dir den machen. Entweder Brustpanzer für dich oder Morose für mich, aber ich glaube, wir teilen am besten gleich mal direkt auf. Ah, das ist ja nett, danke. Die Leute haben schon gesagt, hey, bist du übelst? Du schnappst ja alles zusammen, aber ich habe die halt zufällig gerade im Inventar gehabt und wir machen eh für beide Leute was. Eben, das ist doch egal. Also, wenn ich welche übrig habe, dann kriegst du die auch gern. Ja, eben. Ah, das ist kein Problem hier. Ja, muss ich doch erstmal taktisch ein bisschen so, muss ich doch erstmal selber ausrüsten, ist doch klar. Jetzt habe ich die direkt abgebe, ist doch ein bisschen komisch, oder nicht? Jo, du bist ja nebenbei auch am Main. Eben. Und wie es aussieht, habe ich irgendwie ein bisschen mehr Glück gehabt an der Stelle. Aber auf jeden Fall in dieser Folge, oder wenn wir uns zusammentreffen wieder, merkt du übrigens den Weg nicht, dass du dich irgendwo da verläufst. Nee, ich gucke hier gerade schon, wo ich hergekommen bin. Ich habe jetzt 13 Level und ich werde jetzt gleich auch wieder zu dir hinkommen, also zurückgehen. Workbenchman nehme ich nochmal mit. Hier war Lava, genau. Hier ist wieder so ein Lava-Fluss. Mann ey, was sind das denn hier für Wege? Ich weiß nicht, ob ich das gerade übersehen konnte. Ich habe irgendwie Redstone oder so abgebaut an der Seite und auf einmal waren nur Dias. War das denn an der Decke, oder war das einfach so? Ja, nee, ich habe so eine Minecraft, also hier nochmal als Stripmine gemacht. Dann habe ich so links Redstone abgebaut. Und hinter dem Dings... Oh, nochmal Dias! So, warte, 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 warte. Wie viel habe ich hier? Ähm, hier ist schon mal einer und das war's. Aber nee, das kann nicht sein. Das kann... Einer alleine, komplett alleine geht nicht. Es müssen immer ein bisschen mehr als nur einer sein. Okay. Die gibt es, gibt es ja auch in einzelnen Stellen. Also in einzelnen Stellen dachte ich, dass es die in Höhlen gibt. Normalerweise müssten die eigentlich mindestens in Gruppen von zwei spawnen. Nein, das weiß ich leider nicht. Das war ein komplett einzelstehender Dias auch, Mann. Das ist ja... Ja. Das ist jetzt scheiße. Das finde ich uncool. Aber gerade hat es ja umso mehr Glück. Ja, aber... Hä? Nein. Komisch, ne? War es hier kaputt? Hier, hier. Jede Menge Eisen. Ich bin Level 14, also mit den Leveln geht es eigentlich schnell voran. Aber mit den Dias eher weniger, wenn du nicht welche finden würdest. Ach geht, neun Stück. Ich hätte insgesamt vier. So, das Problem ist halt, wir haben nicht sehr strukturiert gebaut, mal wieder. Ne, ich baue mich hier querbeet durch, ist das Problem, weil ich immer neue Sachen finde, dann dort ein bisschen weiter baue. Öfen sind komplett gefüllt mit Zeug. Wir haben auch noch nie eine Kiste gemacht, aber irgendwie, ich finde es schon fast besser, wenn wir keine machen, weil das verbraucht viel zu viel Zeit, immer eine Kiste zu bauen, Schilder dran zu sitzen und am Ende hat man eh zu viel Zeug, was man eh nicht braucht, von daher. Ja, stimmt. Und hier ist... Oh, ich hab auch Dias. Ja? Und eins, zwei. Nimm mit. Emeralds, Emeralds, Maragde, alles mögliche. Schnopp dir. Ist das eine Höhle oder hast du freigegraben? Ja, das ist so eine Höhle. Cool, nimm dir mit. Alles mitnehmen, was geht. Ey, endlich hab ich mal Glück, Leute. Und jetzt, wenn da nur zwei Stück sind, dann bin ich ein bisschen traurig, aber besser als nichts. Erstmal eine Workbench hier hinpacken, dann weiß ich, dass ich von hier gekommen bin. Alter, Leute. Also, dass ich nochmal so viel Glück habe, hätte ich nicht gedacht. So. Ich mach ja auch erstmal die Lava weg, weil sonst hinterher flieg ich rein und so. Das muss ja nicht sein. Die Sachen hier, so Eisenhelm und Eisenbrustpanzer, die kann man eigentlich wegwerfen, oder? Ja, eigentlich schon. Ich mein, das verstopft nur Sementar. Ja. Die Frage ist eigentlich nur, wie machen wir das jetzt? Also, werden wir uns einen Bogen mit Infinity One machen oder einen Bogen mit Power? Oder beides? Weißt du das, oder was würdest du sagen? Wir brauchen erstmal Strings, bevor einen Bogen Bögen machen können, müssen wir erstmal spinnenplätzen. Ich hab zwei Strings. Ich hab keinen. Ah, okay. Du hast ja einen Bogen übrigens auch gefunden, den ich gehört hab, ne? Ja, der war aber fast kaputt, deswegen. Achso, ja. Level 15, Mann. Ich hätte echt nochmal zurückgehen sollen. Ich hab hier auch nochmal Gold gesammelt. Hatte ich nicht schon vorher Gold? Ach nee, das hast du wahrscheinlich im Ofen, ne? Ähm... Ich hab nochmal 10 Gold hier. Ja, ich hab alles. Ich hab alles an Gold. Ich hab nochmal 10 Gold hier. Okay. Redstone. Mann, ich bin jetzt schon Level 16. Das heißt, gleich geben die Balken, glaube ich, weniger EXP, oder? Also, irgendwie so meinst du das ja, dass diese EXP dann weniger geben. Ja, ab 16. Also, wenn du 16 hast, solltest du mal anfangen zurückzukommen. Ja, ich hol einfach nur kurz die Dias und danach komm ich wieder zurück. Vielleicht find ich hier noch was. Wir müssen dann... mitnehmen. Ansonsten... Seh ich hier grad nichts mehr. Lapis. Gibt gute Experience. Stimmt. So. Mh... Cobblestone. Du redest dich manchmal, du redest über ein Thema und dann, wenn du vom Teufel sprichst, auf einmal findest du was. So wie vorhin da. Schade, dass nur ein Einzelner war. Äh... Gold. Ach, Gold. Genau, ich sollte mal ein bisschen nach oben gucken. Ich auch noch was finde. Gold hab ich auf jeden Fall noch ein bisschen was gefunden. Eisen ist jede Menge. Ich würd sagen, ich geh nochmal zurück und dann komm ich auf jeden Fall nochmal hier hin, weil hier sind so viele Sachen, die kann ich nicht alle auf einmal mitnehmen. Dann hast du eine echt fette Cave gefunden. Ja, die ist schon groß. Also Eisen ist hier, glaub ich, bestimmt ein Stack oder sowas ist das hier, geschätzt. Ich glaub, so viel brauchen wir aber dann auch wieder nicht, oder? Naja, wohl. Nimm einfach alles mit, ist egal. Richtig, gönn dir. Genau. Äh, hier ist auch nichts mehr. Ich bin froh, dass ich endlich mal Audias gefunden hab, das glaubst du mir nicht. Du hast doch schon welche gefunden. Ja, davor, aber das waren immer nur so wenige, so zwei oder einer. Ne, ich glaub, einmal hab ich zwei gefunden und einmal hab ich nochmal zwei gefunden. Aber mehr auch nicht. So, und wo ist denn jetzt hier, wo ist das Gold hin? Gold? Gold, 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 Gold. Ach, hier, genau. So, eins, zwei. Vier Gold, nice. Bist du bei uns am Dings, am Spawn? Ne, grad nicht. Okay. Folge geht mich auch schon wieder bald dem Ende zu, aber erfolgreich, meine Damen und Herren. Wir haben dem lieben Crafting-Pad auch wieder nichts bekommen. Warte mal, wie viele Dias hast du jetzt im Inventar? Ich hab jetzt sechs Dias im Inventar. Dann hast du genau dasselbe wie ich jetzt gleich, auch einen Helm plus Brustpanzer, weil ich geb dir einfach meine acht. Oder einer macht sich gleich Full-Dia, wär ein cooler Titel, aber. Ne, passt schon mit Teilen. Du kannst ja so machen, du machst dir das und dann gibst du mir das wieder ab. Ja, dann würdest du aber zuerst, ja, Brustpanzer ist effektiver. Ach komm, völlig egal, lass mal am effektivsten gehen. Erst Brustpanzer für ihn. Brustpanzer und Helm am besten oder sowas. Ja. So, äh. Wie viel Essen hast du jetzt eigentlich noch? Ich hab noch zehn Steaks. Okay, ich hab noch zwei Steaks. Versuch echt, so wenig möglichst sprint auch schon wieder, Emerald. 17 Level hab ich und mir fehlt noch so eine Leist, ne, nicht nur eine Leistung, so ein Balken. Da bin ich Level 18. Vielleicht find ich hier nochmal irgendwie Cole oder sowas. Also ich renne jetzt grad extra nicht, Leute. Ja, ja, ich bin noch nie gerannt bis jetzt, also in Waro, außer am Anfang. Ich weiß nicht, warum sollte man mit den Höhlen so rumrennen? Das ist doch, keine Ahnung. Du machst eine Weinschaft vor, wieder zurück und keine Ahnung. Eigentlich schon. Brauchst du hier gar nicht sprinten. Kohle haben, oh, Kohle haben wir genug. Wir haben vier Steaks Kohle irgendwo rumfliegen. Also ich hab zwei Inventar noch und die Öfen sind auch rappelvoll bis zum Anschlag. Ich hab da nochmal Eisen reingelegt. Aber das... Ja, ich baue das jetzt halt nur ab, weil ich ein bisschen, äh, XP benötige. So, 18 Level. Kohle gibt aber auch nur sehr wenig Experience. Ja, stimmt. Das stimmt. Jetzt gehörst du den, äh, weniger guten Sammeldinger. Ich seh deinen Namen. Ah, du bist hier, ne? Mhm. Ja, ich seh dich. Hallo. Ich hab angefangen strukturiert zu bauen, dass ich sofort einmal zurückfinden weiß, wo ich lang muss. Okay. Ach da, ja. Ach, 15 Sekunden schon? Ja. Aber egal, das ist nicht so schlimm. In der nächsten Folge mach ich mir dann auf jeden Fall mal das Sharpness 3 Schwert. Vielleicht sogar das Sharpness 4 Schwert. Wer weiß, ne? Richtig. Und komm, Kohle, Kohle. Oh, wie du schon equipped bist. Richtig krass. Ja. Ja. Okay, ne? Dann würde ich sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dann kriegen wir den Kollegen auch noch auf dir und dann knallen wir. Genau. Ja, dann bis zum nächsten Part und tschüss. Ciao.